Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Max Payne 3. Ich habe lange nicht mehr gespielt, nachdem... Ich denke, ihre Plan war nicht mehr idiotisch als ich, und ich konnte sie wirklich nicht verletzen, um in die Bronco zu verletzten. Ich muss einfach mal schauen, wenn wir aus der Öffnung sind. Ein Alkoholiker und eine Pregnante Frau, wir waren gar nicht nur eine SEAL-team. Ich habe unsere Lebenszeit auf 5 Minuten gelegt. Hey! Wenn wir Glück haben. Wenn du mich da oben hochst, dann sehen wir, ob ich es kann. Okay. Hm. Ready? Got it? Giovanna war eine brave Frau. Sie war nicht auf. Und ich glaube, das war nicht, dass ich nicht. Well done. De nada. Stay close and keep quiet. Gott! Screw. Die doohen. Die facade ist schul 헤rkzin! Die Federn ist Dost�� 3. Oh noch, komm komm komm. Oh no! Danke. Die Nein, nein sindse. So, auf jeden Fall, ich habe lange nicht mehr gespielt. Und deswegen geht es jetzt weiter. Wir nehmen uns auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Munition und wenn wir hier irgendwo Penkeller rumliegen, nein aber wir haben ein goldenes Waffenteil. Guck mal. Was wir wollen. Wir wollen durchschlacken. Okay. Ich habe doch da gerade jemanden gesehen, der da stand. Ja, habe ich doch gesagt. Okay. 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 Ich bin der Mann! Ich bin der Dregler! Ich bin der Mann! Sieht schon witzig aus, wie ein Max manchmal durch... Wow! Den habe ich nicht gesehen. Naja. Ich habe mich nachgeladen. Wo verdammt nochmal? Du bist okay? Ich denke so. Da muss ich ein Weg geben, um die Städte runterzunehmen. Warte ein Moment. Ich werde etwas probieren. Gut. Warum? Naja, egal. Ähm... Ich frag nicht warum die wieder so komische Treppen haben. Was mich eher... Frag... Fragt ist... Oder... Was ich mich eher frage ist Wo gibt es die nächsten Painkellers? Super 90... Ah, guck mal, da müsste es doch kein Klasschen mehr geben. Oder? Ich fühlte es strange, dealing mit allen Dingen, mit einer Lining von Scotch auf dem Kopf. Das muss ich tun. Mein Sehn... Komm mal! Lass uns die Hölle weg von hier! 1, 2, 1! Right behind you! Nee, bin ich nicht. Ich... Was gibt es denn im Fernsehen? Wow! Haben wir das nicht schon gesehen? Die Aventuras von Captain Baseball Batboy Die Aventuras von Captain Baseball Batboy Episode 204 Die Aventuras von Captain Baseball Batboy Auf neun kann ich nicht... Ja... Gut, von hier oben hat man ja... Sehr viel Platz zuschießen... So kann man das machen... Ich bin sie so fucked up! Our day had started with us hiding in filth... ...and got progressively worse. My luck was running true to form... ...or rather, I was running true to form. Yep... Die Frage ist... Wie lange noch? Das Zeug hier ist gruselig... Ach ne... Aber... Es gibt noch ein goldenes Waffenteil... Gut, dann... Ab zum Ausgang! Hmm... Should we wait here for Passos? Nein... Es ist nicht rechtanyendै... 주세요, komm... Sagen... ...Dammit... Max! Quiet! Du bist derjenierst. Nein. Du bist derjenierst. Hopp! Ha ha ha! Got it? Open the door. Shh! Listen, listen! Erstmal hier gucken, ob sich noch irgendwas macht. Ha, Painkiller. Genau, die habe ich gesucht. So. Und, hopp. Wow, das war klug von mir. Komm raus. Fein. Fein. Boah, verdammt. Ich habe jetzt ordentlich Painkiller verloren. Aber noch sind nicht alle weg. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Painkiller. Uh. Das habe ich tatsächlich von der Shotgun alle Teile. Mal gucken, was die jetzt macht. Da bin ich jetzt mal gespürt. Ah, die lädt also näher. Schneller nach. Ich werde hier warten. Es ist nicht sicher. Wow. Oh, Poster. Was ist da? Okay. Hier ein goldenes Waffenteil. Da ist noch da. Woher gehts? Passt uns gut, ich habe bereits gelesen. Wir müssen uns aus diesem Ort rauskommen. Komm, was die Schuter davon ist, ihre Familie, deine Blase zu sehen. Schmeck, ich gehe hier, ich gehe hier. Es tut mir, es tut mir leid, es tut mir leid. Das war die Flasche. Entspanierst du deinen Gehème stock? Es tut mir leid. Na ja... Ist ein Playstation 3 Spiel. Schau mal das Ding an und weitergehen. Relax, du kannst das. Bereit? Los! Ich kann das Ding an! Du bist gut! Oh mein Gott! Keep your foot on the gas. Oh shit. Warum haben die immer so Bazooka dabei? Obwohl die eigentlich nur Menschen... Ich habe aber auch keine Ahnung, was ich hier drüben. Aber ich muss es scheinbar können. Oder auch nicht. Hold on!